Musik So, das neue Jahr, das neue Vlogjahr, das neue Jahr des Zeichenunterrichts hat begonnen. Ich möchte heute mit einer Serie anfangen, die uns eine Weile beschäftigen wird, immer mal wieder auftauchen wird, und zwar das Kopieren. Viele von euch schicken mir Bilder, wo sie kopieren. Und ich frage mich immer, warum kopieren sie eigentlich? Wissen sie genau, warum sie kopieren oder kopieren sie, weil, und das muss ich wirklich sagen, kopieren macht Spaß. Und wenn es der Spaß ist, dann ist es ja eigentlich schon sinnvoll. Aber kann man beim Kopieren eigentlich auch was lernen? Und ich denke, ja, man kann sogar sehr viel lernen. In den alten Malschulen, den Werkstätten, Malwerkstätten der Renaissance, wenn man da als Schüler aufgenommen wurde, dann hat man als erstes in den ersten Jahren nur kopiert. Man hat kopiert und dann irgendwann hat der Meister gesagt, so, jetzt darfst du in einem Gemälde, was ich gerade male, darfst du den Faltenwurf malen oder du darfst die Bäume malen oder irgendwas Spezielles. Also man wurde über Kopieren, wurde man herangeführt an die Technik des Meisters. Wir haben ja, ich glaube, kaum jemand von euch wird eine Meisterwerkstatt haben, aber das Kopieren ist nach wie vor eine Schule. Am Kopieren kann man sehr, sehr viel lernen. Und ich will heute mal anfangen damit, diesen Bereich mal so aufzumachen, wie ich ihn auch sehe. Und ihr könnt euch vielleicht inspirieren lassen oder ihr sagt, nein, ich mache so weiter, wie ich immer schon weitergemacht habe. Aber es kommt eben immer mal wieder vor, dass ich Kopien von euch bekomme und dann sage, mein Gott, wenn man jetzt noch ein paar Hinweise geben würde, dann würde man vielleicht noch mehr rausholen können. Und das eigentlich Wichtige ist, dass man merkt, wie verschiedene Künstler auch ans Zeichnen zum Beispiel rangehen. Also wenn ihr eine Landschaft habt und ihr seht euch die Zeichnung von vor 300, 400 Jahren an, merkt ihr, es ist anders gezeichnet worden wie im 19. Jahrhundert. Und im 19. Jahrhundert dann das 20. Jahrhundert hat ja eine wahre Explosion des Zeichnens mit sich gebracht. Also man ist vom Gegenständlichen auch weg. Man hat ganz andere Sachen gemacht. Es ging nicht mehr um die Abbildung von Natur. Also da gibt es auch da eine Entwicklung. Und in dieser Entwicklung kann man sich ja hineindenken, wenn man kopiert, kann man versuchen, das, was die Leute da uns vorzeigen, ab, also im Sinne von kopieren, als Lernvorgang. Dazu braucht man natürlich etwas, einen Ansatz, der wichtig ist. Es geht nicht um die genaue Abzeichnung. Viele denken ja genau, es geht ja nicht um eine Fälschung. Wenn ihr Fälscher werden wollt, dann müsst ihr natürlich die Striche exakt so setzen, wie ihr sie vor euch seht. Aber es geht eigentlich nicht darum. Es geht um den Duktus des Striches. Es geht darum, zu sehen, wie verschiedene Strukturen auch verschieden gezeichnet werden können. Ich sage ja immer, Strukturen, Schraffuren und so weiter. Ich habe immer gesagt, man kann mit Sauerkraut zeichnen, man kann Schraffuren direkt setzen, man kann pünkteln, man kann wischen. Man kann alles Mögliche machen. Ich werde euch heute mal ein paar Bilder zeigen. Und wir werden heute schon eine Kopie mal machen. Und was auch interessant ist, wenn ihr kopiert, versucht am Anfang sofort erstmal zu lesen, mit welchem Material hat der Künstler gezeichnet. Also welches Papier hat der verwendet. Welche hat der mit Bleistift gezeichnet. Hat der eine Mischtechnik verwendet, Bleistift, Tusche, Lasur, also wässrige Farbe oder sonst was. Und ihr werdet sehen, die Technik, das Material ist sehr, sehr ähnlich. Also Bleistift, Kohle, Tusche, Feder, all diese Dinge kommen immer wieder vor. Und dann die Lavour. Also das sind zwei Dinge, die uns seit 500 Jahren verfolgen. Also es gibt immer den Strich und es gibt die Lavour. Die Lavour, also wenn man eine ganze Fläche mit einer wässrigen Lösung bedient, wir werden gleich im ersten Beispiel sowas sehen, dann muss man das nicht erst dunkel abschrafieren. Aber wenn ich eine dunkle Soße da drüber kippe, dann habe ich schon einen dunklen Ton. Und auf den kann ich wieder mit Strichen sozusagen weitermachen. Also wichtig ist beim Kopieren, dass man versucht, den Duktus des Künstlers zu treffen, zu begreifen, wie er ein Gras gestaltet, ob der es punkelt, ob der es strichelt, dass man mehr in den Duktus reinkommt und nicht jetzt sklavisch jede Linie abzeichnet. Das ist völlig uninteressant. Interessant ist, dass man in diesen Duktus reinkommt und das Bild, was ihr dann zeichnet, muss für sich selber stehen. Wenn das jemand sieht, sagt man, oh, das ist aber ein schön gezeichneter Baum. Und ihr sagt dann, ja, das ist eine Struktur, die ich von dem unter dem abgenommen habe. Und dann zeichnet ihr mal einen Baum, den jemand anders gezeichnet hat und merkt ihr auf einmal, man kann das auch ganz anders machen. Also wie zeichnet man Blätter? Wir werden jetzt gleich ein paar Beispiele sehen. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Blätter, damit ihr seht, worauf wir uns einlassen. Und ich werde dann versuchen, auch immer in der Technik zu zeichnen, zu kopieren, dass ihr auch merkt, das ist so ein, wenn man so will, ist das wie so ein Nebeneffekt. Ich zeige euch auch Techniken. Bloß die Techniken, ich habe das schon letztens gesagt, die Technik ist für mich nicht wichtig. Technik kommt beim Zeichnen, kommt beim Malen. Also wenn jemand sagt, ich kann nur malen, wenn ich diese Technik kann, dann würde ich sagen, sehe ich anders. Also, gucken wir uns das mal an. Also, ich habe euch was von Lavoun erzählt. Hier Piranesi, ein Zeichner und Maler aus dem Barock. Und Barock, wisst ihr, das ist alles sehr opulent. Und Piranesi ist durch einige Sachen berühmt geworden. Ich werde dann, wenn wir das kopieren, immer ein bisschen auch zu den Künstlern was erzählen. Aber heute wird das den Rahmen sprengen. Aber er hat viel Fantasiezeichnung gemacht, also Architekturfantasien. Und ihr seht hier, es sind dunkle Töne und es sind Striche drin. Das sind Lavouren, das nennt man Lavouren. Also hier hat er mit wässriger Soße, hat er hier dunkle Zonen, Schattenzonen hat er sofort mit wässriger Lasur sozusagen eingetönt. Und dann ist er mit Strich nochmal drüber gegangen. Darüber werden wir reden. Ilja Repin, ein russischer Maler, ich liebe den über alles. Also auch über ihn werde ich euch dann einiges erzählen. Ein fantastischer Zeichner, vergleichbar mit Adolf Menzel aus Deutschland. Das ist ungefähr die gleiche Zeit. Also ich zeige euch nur hier, guckt euch an, wie er Strukturen setzt. Wie er so ein Gras macht, wie er so eine Treppe, wie er weiter hinter etwas heller zeichnet. Auch hier wieder Repin, ihr seht, eine sehr komplexe Situation. Und wenn man reingeht, merkt man, da ist gar nicht viel gemacht. Und trotzdem sieht man ein Stück Strand, also eine Dünenlandschaft. So, das Blechen, das ist wirklich ein fantastischer Maler, ja, also 19. Jahrhundert. Und hier mal wirklich nur mit Lasuren gearbeitet. Also wirklich nur mit Pinseln und ganz dünnen Soßen. Ihr merkt, man ahnt, was es ist, man weiß es nicht genau, aber es ist schon eine ungeräumliche Räumlichkeit drin. Also Blechen, ein ganz hervorragender Zeichner und Maler. Nerli, also auch einer, der sehr, sehr akkurat zeichnet. Also viele Zeichnungen kenne ich von ihm, wo man sieht, wo er wirklich mit Schraffuren reingeht. Und man kann eben alles, das, was zum Beispiel das Blechen mit einer Lavur gemacht hat, kann man natürlich auch mit reinen Strichen setzen. Aber wenn ihr genau hinschaut, sind hier auch ein paar Lavuren gesetzt, um eine Dunkelheit sofort zu bekommen. So, hier, Louis Eisen, ich muss jetzt mal eine Brille aufsetzen, weil nachher muss ich ja auch zeichnen. Also Louis Eisen, ihr seht hier, hier ist wirklich mit Bleistift nur mal ganz, ganz, also den Bleistift ganz schräg gehalten. Man merkt, es sind ein paar Striche, aber die Grautöne sind wirklich mit einem schräg gehaltenen Bleistift, also wirklich eingetönt. Aber das werden wir uns auch mal vornehmen. Dahl, Johann Christian Dahl, ein Zeitgenosse von Kaspar David Friedrich, das ist eine Ansicht von Dresden. Ihr seht eigentlich hingeworfen eigentlich nur, aber ihr seht in der Staffelung der dunklen Schichten eine tolle Zeichnung und dann vorne mit dünnen Linien auf einmal diese Zartheit der Schiffe gezeichnet. Hier auch nochmal ein Dahl, ihr seht also vorne nach hinten, wie sich die Zeichnung entwickelt, wie zeichnet er Bäume. Wir werden das alles mal untersuchen und ihr werdet sehen, man lernt ungemein viel davon. Franz Kobel, also auch wieder eine Lavur, eine reine Lavurzeichnung, wo man sieht, eigentlich nicht viel getan und trotzdem getrennt Wolke, Berg, Hügel und Felder und dann Gras im Vordergrund. Alles sozusagen wirklich mit Pinsel getrennt und mit verhältnismäßig einfachen Mitteln. Hier haben wir wieder ein Repin und ihr vermisst vielleicht die ganze Zeit Figürliches. Ich habe ja gesagt, Figürlich fangen wir an, aber ich möchte erst, dass wir die grundsätzlichen Sachen erst mal klären, weil viele wollen sofort ins Figürliche, aber ihr werdet sehen, das Figürliche ist nichts viel anderes, als wenn wir Architektur oder Würfel zeichnen. Da werdet ihr jetzt schmunzeln, aber ich werde es euch beweisen, weil es geht um die Motorik, es geht um das Sehen, es geht, wenn man jetzt so ein Repin ansieht, wie der das so hinwirft, das ist schon meisterlich. Aber ihr seht auch mit verschiedenen Techniken, er hat nur ein Medium, er hat den Bleistift, hat Striche, er schmiert ein bisschen, Schmieren ist ein kompliziertes Ding, weil da kann man auch viel kaputt machen. Seht mal, wie so eine Pelzmütze behandelt wird, wir werden das untersuchen. So, oder hier Adolf Menzel, ich hatte vorhin davon gesagt, Adolf Menzel wirklich ein fantastischer Zeichner und Maler natürlich auch, aber also wenn man sieht, wie er wirklich hinwirft, wie er förmlich die Figuren und die Landschaft niederschreibt, ich sage dazu immer niederschreiben, er denkt nicht mehr nach, sondern das kommt wirklich raus. Friedrich Neli, wir hatten ihn gerade mit der einen Landschaft, ihr seht, man kann eben auch so mal so ein Ding durchbilden. Das ist höchstwahrscheinlich ein Zeichner, ich weiß es gar nicht genau, aber mit Silberstift gezeichnet. Das werden wir auch mal untersuchen, was ist ein Silberstift und wie kriegt man so eine Zeichnung hin. So, wie der Menzel, ihr seht hier, einfach hingeworfen. Und ihr seht mit verschiedenen Stärken, das sind vielleicht Wachsstifte und Bleistift gemischt und manchmal etwas getönte Dinge noch dazwischen. Also wie gesagt, das wird eine Serie sein, die uns, ich hoffe die nächsten Jahre begleitet, es geht ja dann irgendwann auch in die Farbe über. Und ihr werdet sehen, Technik ist für mich etwas, was ich nebenbei erkläre. Ich werde nicht sagen, jetzt machen wir eine Aquarelltechnik oder eine Acryltechnik. Ich halte das alles für Unsinn, weil ich kenne keinen Künstler, der jetzt sagt, ich mache eine Aquarelltechnik. Er nimmt das, was er hat und arbeitet damit und holt das Beste raus, was er rausholen kann. Das hat was mit ihm selber zu tun und nicht mit dem Aquarell- oder Ölfarbe. Natürlich kann Aquarellfarbe was anderes als die Ölfarbe, aber wie gesagt, wir werden darüber noch diskutieren. Und heute werden wir uns dieses Blatt mal vornehmen. Paula Modersohn-Becker, eine Malerin aus dem 19. Jahrhundert. Ihr kennt vielleicht das Künstlerdorf Wurpswede, Ende des 19. Jahrhunderts ist sie dahin gezogen und hat, soweit ich weiß, ihr ganzes Leben dort gearbeitet, in dieser Natur, der nordischen Natur. Er hat sich dann dort wirklich auch niedergelassen mit den anderen Künstlerfreunden dort. Wirklich in einer sehr tollen Art und Weise haben die dort gelebt und gearbeitet, sind auch dadurch berühmt geworden. Aber eben bei ihr findet man eben auch viele Landschaftszeichnungen. Und wenn ich euch sage, es sind hier zwei Bäume, ein bisschen Strauch, man sieht irgendwie eine Landschaft. Ihr seht also, wenn man das genau anguckt, ist fast nichts durchformuliert. Aber die Strukturen sind fantastisch. Also man sieht wirklich, obwohl es nicht durchstrukturiert ist, sieht man hier die Brücke der Stämme, man sieht die Verästelung der Sträucher und man sieht die Fläche wirklich, man spürt wirklich für mich das Gras. Und sogar hinten sieht man noch irgendeine Hügelkette, obwohl fast nichts gezeichnet wurde. So, das ist natürlich etwas, was man nur kann, wenn man Naturstudium betreibt. Dann wird man immer frecher, dann wird man immer, dann gelingt einem mal was und das merkt man sich. Dann hat man mal eine Linie drauf, die einen Strauch ganz fantastisch darstellt. Und das merkt man sich und übernimmt diese Lockerheit im weiteren Arbeiten. Also das Skizzenbuch, wenn ihr alle zwei Wochen mal eine Zeichnung im Skizzenbuch macht, das wird schwierig. Viele sagen ja, ah, ich würde gerne das und das. Ja, bitte nicht verzweifeln an dieser Sache, einfach eine gewisse Energie reinsetzen, muss man schon. Und ich sage ja immer, jeder kann zeichnen. Ich habe schon Kommentare gekriegt, die dann sagen, das stimmt nicht. Natürlich stimmt es nicht, wenn man es nicht macht. Aber vom Wissen her, vom Erklären her, glaube ich, kann jeder Zeichnen lernen. Die Energie, die er dann reinsetzt, das braucht der eine, braucht ein bisschen mehr Energie, der andere braucht ein bisschen weniger. Bei dem einen fliegt es ein bisschen mehr zu, dem anderen fliegt es ein bisschen weniger zu. Aber vom Machen her, muss ich euch sagen, dafür habe ich meine eigene Erfahrung mit den vielen Studenten, mit denen ich also zu tun hatte. Und am Anfang war es nicht immer so, dass man dachte, der wird es können. Aber die Entwicklungen sind manchmal, also fantastisch. Also, nicht verzweifeln, einfach weitermachen. Skizzenbücher, ich möchte eigentlich, ich sage jetzt keine Zahl, aber die Haufen von Skizzenbüchern müssen neben euch langsam wachsen. Also, wenn ihr ein Skizzenbuch habt und nach einem Jahr immer noch nur die Hälfte vollgezeichnet habt, dann wird es schwierig. Aber das sind, glaube ich, gerade auch Skizzen, die man im Skizzenbuch machen kann. Also, ich lege das mal jetzt daneben und versuche mich mal heranzutasten, ohne jetzt zu sagen, ich will es genau kopieren. Aber ich versuche jetzt, den Duktus mal zu treffen. Also, ich sehe einen Stamm, ich teile mir erst mal irgendwie. Und etwas muss ich euch sagen, das, was passiert, wenn man vor Ort zeichnet, ist was ganz, ganz anderes, als wenn ihr abzeichnet. Also, Naturstudium, wenn man das außen vor lässt, dann muss ich euch sagen, dann fehlt was. Also, man kann nicht das ganze Wissen nur durch Kopieren bekommen. Also, draußen mal zu sitzen und zu zeichnen, jeder, der das macht, der weiß genau, was ich meine. Schaut, was ich jetzt mache. Ich fange an, mir mal so Strukturen hier reinzunehmen, die die Rundung des Baumes zeigen. Und ihr seht hier, sie wechselt hier die Kurven. Also, ihr seht, sie sitzt irgendwo hier. Also, weil hier die Kurve, hier geht die Kurve noch nach oben und hier geht die Rundung langsam nach unten. Das bedeutet, ich kann in dieser Höhe wirklich, kann ich jetzt auch einen Strich ziehen und sagen, na gut, hier irgendwo wird vielleicht der Horizont sein. So, ich fange jetzt mal an, eine, eine, also ein bisschen mutig zu sein und hier mal eine Linie, die zu dem, zu dem Geäst führt. So, man kann auch mal zwischendurch einfach mal überlappend zeichnen und dann gucken, was passiert. Die Reihenfolge, wie sie gezeichnet hat, kann ich nicht nachempfinden, aber ich versuche, Strukturen aufzunehmen. Und die Frechheit, die diese Zeichnung hat, ist ja von ihr vorgegeben. Ich übernehme diese Frechheit nur, den Mut habt ihr vielleicht, wenn ihr dann vor so einer Situation steht, nicht unbedingt auch selber. Aber deswegen kopieren wir ja, dass wir wenigstens mal in der Kopie sehen, was geht. So, jetzt werde ich mal diese Stämme etwas dunkler zeichnen. Ihr seht, ich wechsle auch mit den Schraffuren. Den Hintergrund mache ich mit einer ganz leichten Schraffuren. So, ihr seht, sie hat auch manchmal ein bisschen quer schraffiert. So, und jetzt können wir schon die dunkleren Äste. Und ihr seht, das Wichtige ist, so etwas kann man kaum erfinden, weil die Natur ist der größte Erfinder. Und so eine Struktur, solche Äste, wenn man da immer auf das guckt, was die Natur uns vorgibt, dann bekommt man wirklich einen schönen Rhythmus hin. Also so einen Rhythmus kann man kaum aus dem Kopf machen. Man kommt, wenn man es aus dem Kopf macht, immer wieder in selbe Strukturen zurück. Ihr seht auch, langsam verlasse ich vielleicht auch den Kopf. Das ist auch manchmal die Zeichnung von Frau Moders und Becker. Weil ich fühle mich dann wohl in den Strukturen und zeichne dann meine eigenen Strukturen. Aber ich verwende schon noch den Duktus von ihr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr seht, ich höre mal da auf und jetzt gehen wir noch mal schnell zu den kleinen Skizzen hier unten. Ihr seht, das ist eine weite Landschaft und wirklich nur zitiert. Also man sieht hier, der Horizont liegt sehr weit unten. Also ihr seht, die Menschen ragen über den Horizont hinaus. Das bedeutet, der Zeichner muss irgendwo sitzen. Und hier ist irgend so etwas wie ein Bach oder ein kleines Flüsschen, wo diese Figuren hier wirklich nur angedeutet mit dunkeln und hellen Flächen, ist wirklich einfach nur gezeigt, dass hier ein Fluss ist. Und ihr seht, der Trick ist, dass der Fluss wirklich fast immer hell bleibt. In allen drei Skizzen bleibt dieser Fluss fast unberührt. Und ein paar Striche im Himmel machen uns klar, da ist der Himmel. Und ein paar kleine Strukturen in dem Fluss zeigen uns sozusagen, dass da vielleicht eine Strömung ist oder eine Welle. Und das zieht sie jetzt durch. Sie macht also drei Varianten. Das ist mehr eine, also ich sehe das mehr als eine Gestaltungsskizze, dass man sagt, das könnte ein großes Bild werden. Hier vielleicht mal nur eine Figur, die hier vorne steht und hier haben wir wieder das Boot. Ihr seht, überhaupt nicht durchgebildet. Aber ich finde auch, dass diese wirklich hingeworfene Skizze also schon so viel erzählt, dass wenn wir einfach mal so eine Skizze abnehmen und merken, wie wenig eigentlich dazu nötig ist, um eine Struktur zu zeichnen. Und zu guter Letzt noch die dritte Zeichnung. Hier geht es in eine Kurve rein, also perspektivisch gesehen wird es nach hinten sehr, sehr, also es läuft wirklich ganz dünn aus, ja, und hier wird es ganz breit. Wir werden das in Perspektive noch behandeln, dass wir solche wirklich perspektivischen Verkürzungen auch wirklich gut meistern können. Das ist alles kein Zauberwerk, man muss es nur einmal überlegen. So, ihr seht, hier habe ich noch wieder irgendeine Figur. Nicht durchgezeichnet und hier scheint irgendwie so eine Schräge, das scheint ein Ruder zu sein. Und hier ist nochmal der Schatten, die Spiegelung, Entschuldigung, die Spiegelung des Bootsführers im Wasser. Und sie hat sogar hier alles grau gemacht, also wenn ich jetzt alles grau mache, dann sieht man auch, dass es ein wirklich sehr verhangener Tag ist. Also man sieht sogar den Nebel, der hier über die Ebene kriecht. Und das ist dann wieder unsere ganzen Generaltöne. Wir haben über alles schon gesprochen, aber in solchen Kopien könnt ihr das einfach mal sehen, wie andere das lösen. So, ihr seht, es ist nicht eins zu eins, aber ich glaube, vom Duktus her habe ich hier was begriffen. Ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, wie mit welchen Strukturen man auch Raum trennen kann, wie man Materialitäten darstellen kann. Eine Burke oder das Filigrane eines blätterlosen Strauchwerks, wie das Gras, wie das sozusagen hier von vorne nach hinten immer flacher wird, immer mehr zu einer Fläche wird, aber vorne wirklich Halme zu sehen sind. Oder wie man einen Fluss, eine Situation mit Figuren, das Licht, die Spiegelung, mit wie einfachen Mitteln man das eigentlich darstellen kann. Und ich finde, man kann sich diesen Skizzen nicht entziehen. Das sind tolle Skizzen und ich möchte, dass ihr auf diesem Weg lernt und das über Kopien ihr immer mehr Mut fasst, selber eigene Wege zu gehen. Weil es gibt so viele Arten, dasselbe darzustellen, gerade in der Zeichnung. Ihr werdet euch wundern. Viel Spaß in diesem Sinne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020